Die Frage, die ich mir stelle, ist nicht, wohin. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie. Die Frage, die ich mir stelle, ist, dir und den anderen beweisen. Bin ich gut genug? Werde ich versagen? Aber ich bin optimiert. Was ist der nächste Schritt? Und dann triffst du die falsche Entscheidung. Aber wenn ich am Felsen stehe, ist alles anders. Da bin nur ich. Jeder Griff bin ich. Jeder Tritt bin ich. Festhalten. Loslassen. Im richtigen Moment. Du kennst die Richtung. Es gibt nicht nur einen Weg zum Ziel. Aber es gibt immer einen. Du kennst die Richtung. Du kennst nicht nur ein Geist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020